Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen XRP Update Video. Ja, eine Woche ist vergangen seit dem letzten Update und es hat sich einiges getan. Positive Trades, die hier gelaufen sind. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass ein Punkt sehr, sehr wichtig sein wird und dann möglicherweise auch für den weiteren XRP Chart verlauft, ob Bullish oder Bearish. Das werden wir uns auf jeden Fall jetzt gleich im Update Video angucken. Vorweg, es gab diese Woche keinerlei News, was XRP anbelangt, zumindest nichts Wichtiges. Wir gehen immer noch nicht auf 100 Dollar, wir gehen immer noch nicht auf 1000 Dollar, wir gehen immer noch nicht auf 10 Dollar, morgen nicht, übermorgen nicht und wahrscheinlich auch nicht in der Woche. Kurz zusammengefasst, wir gehen jetzt rein in die Chart-Analyse, doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk- und Signalgruppen reinjoinen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und natürlich auch zu XRP Updates. Kommt da gerne rein, der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung und ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Oh doch, weiterhin läuft die Aktion, ihr könnt weiterhin Free Trades abstauben bei BingX, wenn ihr Bock habt, 50 USDT insgesamt, 21 und 31 USDT Trade, nur ganz wichtig, ihr müsst mindestens 100 USDT hier einzahlen, das ist neu einfach, weil wir einen Haufen Bot-Angriffe hatten oder beziehungsweise BingX hatte einen Haufen Bot-Angriffe, deswegen, das ist die einzige Regel, ansonsten testet die Exchange gerne aus, wenn ihr eine Exchange noch sucht mit Free Trades, die ihr hier absahnen könnt. Sehr, sehr interessant, Link ist unten in der Videobeschreibung. Gut, und da würde ich sagen, verlieren wir jetzt keine Zeit, XRP momentan bei 0,47 USD, grob geschätzt jetzt einfach mal, wir runden jetzt einfach mal hier ein bisschen auf. Ja, wir haben eine volatile Woche hinter uns, nachdem wir ja letzte Woche hier drüber gesprochen haben, okay, Ziel oder Mindestziel muss das Golden Pocket sein und genau da sind wir im Endeffekt gelandet, wir haben das Golden Pocket getestet und von da auf an ging es sofort runter, dann wieder ein bisschen Seitwärtsphase und dann heute Nacht, hat natürlich auch mit dem Bitcoin-Abverkauf zu tun, den wir dann gestern hatten und sowas, ging es da nochmal deutlich, deutlich tiefer. Ich habe den Short auf jeden Fall mitgenommen, wir gehen es mal ein bisschen pessimistischer an, gab es in der Spitze hier auch mit einem Dreierhebel knapp 24% zu holen und jetzt sind wir immer noch hier 15% im Plus. Alle drei Take-Profits mittlerweile mitgenommen, das heißt, hier läuft jetzt noch eine Restposition und ich orientiere mich hier langsam wieder long. Natürlich die beste Chance wäre gewesen, hier unten diese Bullish-Divergence, die wir hier auf dem 1-Stunden-Chart gehabt haben, nochmal zu holen, aber ich habe heute früh ein Bitcoin-Update-Video, wer das sich vielleicht angeguckt hat von euch da draußen, jetzt sagt, ich gehe davon aus, dass Bitcoin auch nochmal ein tieferes Tief kriegt und das gehe ich von XRP genauso nochmal auf, dass es hier noch die Möglichkeit bestünde, da wir jetzt hier noch kein höheres Hoch hier haben, dass wir hier nochmal tiefer gehen, die Liquidität holen und dann hier unten Richtung, ich sage jetzt mal zwischen 45, 77 und knapp 45 US-Dollar-Cent landen, um dann eine Triple-Bullish-Divergence zu lösen und dann einen neuen Versuch nach oben hin starten. Wir sehen, wir kriegen hier momentan so auf dem 1-Stunden-Chart ein bisschen so die Probleme rein, wir kriegen kein höheres Hoch rein, ein bisschen so Widerstand und ob die Kraft jetzt hier wirklich ausreicht, wage ich ehrlich gesagt derzeit ein bisschen zu bezweifeln. Ich glaube nämlich, diese Wicks hier unten sind deutlich attraktiver, da haben wir auch letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Natürlich, eine kurze Erholung ist möglich, wir sind jetzt hier echt, wie gesagt, 7% abverkauft worden, zum Pump bis ungefähr 0,47, 39 ist auf jeden Fall noch drin, aber dann, glaube ich, könnte es das auch schon wieder gewesen sein und dann geht nochmal die Rallye ein bisschen nach unten hin weiter. Wäre jetzt momentan so ein bisschen das, in Anführungszeichen, bullische Setup für uns, wo wir einen Trade reinwagen könnten. Das heißt, wir warten jetzt hier auf das tiefere Tief. Stop-Loss muss hier eigentlich an diesem Support kommen, das heißt hier 2,5% Risk ist okay, weil wir im Endeffekt dann die ganze Rallye hier nach oben hin mitnehmen könnten und knapp 9% gut machen könnten. Also es passt, CAV 1,3, 1,4, je nachdem, wo wir dann unseren Entfühl wagen, finde ich eigentlich sehr, sehr gut, um hier den Trade eben einzugehen nach derzeitigen Stand. Gehen wir mal in die größeren Timeframes, gehen wir in den 4-Stunden-Timeframe, wie sieht es dort derzeit aus? Hier haben wir beispielsweise noch keine Bullish Divergence, das ist dann auch schon wieder so ein Ding, könnte jetzt in den nächsten Stunden dann eben so folgen, kein höheres Hoch, gleicher Widerstand wie auf dem 1-Stunden-Timeframe, bringt uns ein bisschen so in Komplikationen, dass wir eben nochmal dieses tiefere Tief sehen, mit dann eben diesem Impuls und dann auch hier im RSI runtergehen, Bullish Divergence bilden und dann die Erholung starten. Das wäre jetzt momentan, wie gesagt, das bullische Setup für XRP, übergeordnet, wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken, wir testen immer noch diesen Downtrend, immer mal wieder, aber ich habe es letzte Woche schon dazu gesagt, wir sollten ihn nicht mehr zu lange testen, weil da ist nämlich dann das Problem einfach, umso öfters wir diesen Widerstand testen, desto schwächer, äh, diesen Support testen, desto schwächer wird dieser und wir brechen einfach nach unten. Und letzte Woche haben wir auch schon mal das ganz, ganz bearische Setup drüber gesprochen, dass die Möglichkeit bestünde, dass wir hier ein riesiges Doppeltop-Pattern formen. Es deutet sich weiterhin darauf an, weil wir haben immer noch diese bearische Struktur und mit bearischer Struktur meine ich einfach, wir schaffen kein höheres Hoch. Wir sind hier oben, diesen Wig, klar, aber der hat auch drunter geschlossen und dann ging es einfach nur noch nach unten. Tiefere Tiefs, tiefere Hochs, nicht wirklich Bullish und deswegen ist diese Doppeltop-Möglichkeit immer noch in Play. Und ja, das bearische Preisziel, auch darüber haben wir letzte Woche gesprochen, können wir machen mal ganz kurz das Fit Level hier weg, der Übersichtlichkeit halber. Gehen die Sache aber mal ein bisschen optimistischer an. Also wir gehen jetzt nicht von ganz oben bis ganz runter, aber trotzdem, Preisziel wäre ultra bearish und würde bei ungefähr 0,30 liegen und damit wieder an der Unterkante unseres übergeordneten, ja, Seitwärtstrends, wo wir Monate davor hatten. Es sieht aber auch momentan, muss man jetzt ehrlich mal sagen, nicht wirklich Bullish aus im Chart. Also kurzfristig, ja, wir können die Erholung mitnehmen, schauen wir mal, ob die dann auch wirklich eintrifft. Ansonsten weiß ich nicht, wäre das nächste Ziel mindestens die 0,42, 0,43 Area für XRP. Die dann mit einem möglichen nächsten Short-Trade. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Wir gehen mal auf den Daily-Time-Frame, ob es hier noch irgendwas Wichtiges gäbe. RSI hat noch ein bisschen Luft nach unten, also auch hier brauchen wir erst einmal nicht wirklich viel zu erwarten. Der nächste Support liegt eben bei 0,42, 0,43. Ja, und dieses Doppeltop würde ich für längerfristig gerne mal im Auge weiterhin behalten. Gut, das war es dann von mir. Ich würde sagen, ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende. Gerne mal eure Meinung. Denkt ihr, XRP wird steigen? Denkt ihr, XRP wird fallen? Schreibt es unten gerne schon mal in die Kommentare rein. Meiner Meinung nach sieht es derzeit einfach nicht zu ultra-bullish aus. So fair muss ich euch gegenüber sein. Und ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Like da lassen, Abo da lassen. Wir hören uns nächste Woche zu einem XRP-Update-Video wieder. Ansonsten jeden Tag normale Krypto-Update-News, Charts auf diesem Kanal. Ja, bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay good.